Ich lande und ich komme zurück. Alles klar, alles klar. So, willkommen zum weiter Part Star Revenge 8. Und ja, wir sind jetzt nochmal in diesem Wald hier. Den einen Stern haben wir im letzten Part schon gesehen. Das war der mit den Mini-Stern. Ich bin nur gerade am überlegen, wie ich da hinkomme. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Da drüben ist das. Wie komme ich da rüber? Wie komme ich da am besten noch rüber? So, ähm. Nutzern wir mal diesen Weg hier. Der sieht ganz richtig aus. So. Ah, nice. Ähm. Das ist natürlich auch ganz nice. Ah, jetzt kommt der App auch noch. Ja, da ist das Ganze gleich einiges leichter. Ja. Der wird wahrscheinlich. Ja. Leise C auf jeden Fall. Das ist mir auch sehr gut. Das ist mir auch sehr gut. Alles klar. Das war er. Sehr nice. Äh. Das auch. Das Mario wieder mal nicht das macht, das er tun sollte. Und jetzt bitte mit einem Beinsprung darüber. Danke. Ich habe gleich so ein Fade zu beginnen. Sie ist ja mal wieder sehr amüsant. Mal sehen wir mit dem letzten Stern der Welt. Alice lost 6 Reds. ja kann man machen was ist das dann bitte für ein stern mit da stand nichts ist von ich brauchte einen sp oder noch was schlimmer ist also kein sp oder guter bild oder sonst irgendeine art von match das heißt es sind alle möglich da ist die nummer 2 ich wollte ich jetzt eigentlich nicht aber egal ist hier eine rettung war doch eine nieder da war bestimmt keiner warum sollte da drüber reine seines ich bin schon schwachsinnig da ist eine die drei da unten sehe ich gegabelt hier noch eine war ich mal darüber bin mir nicht mehr sicher ob da eine war was da ist auf dem ultra block wird es interessieren aber es kann ja kein sterne sein weil ich habe eine sterne das war mehr als knapp aber egal da ist auch noch so also da ist ein block da waren wir schon mal war hier ein ja ich wollte nur umgucken hier unten irgendwo runterspringen war ja nicht eine red wenn er nicht gesehen ich bin ja noch mal auf das holz hier da unten ist es du sollst dich festhalten an der kante aber egal dann machst du es halt nicht dann stirbst du halt es ist sehr nett du drecks festhalten danke ich weiß ja das war das kann er zeigt sie nur nicht gerne und nicht immer eigentlich fast gar nie aber warte mal da hinten der welt drin ich will jetzt mal mit lava schaden das war die fünfte von sechs das ist natürlich wieder mal standard frage ist nur wann finden wir die letzte ja 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 ist klar ja wahrscheinlich irgendwo oder nicht nur eine kleine einbuchtung wo nichts drin ist da ist auch nichts mehr wie hatte ich schon ich versuche schon überall hin zu gucken wo sie sein könnte Ich war nicht da auf dem Weg nach oben. Ich glaube, ich habe gesagt, da ist keine. Ich gehe aber trotzdem noch mal hin und gucke nach. Einfach, um nur mal sicher zu gehen. Hier auf diesen Trump. Nein. Da auf dem Weg hoch sind keine Red Coins, wie ich sehe. Schade. Es war wirklich keine hier. Gute Frage. Wo kann die letzte noch sein? Da war eine. Da habe ich. Das war auch nicht gerade clever von mir. Vielleicht in Richtung von einem Ausgang. Da, wo der Block vielleicht ist. Wo ist denn das jetzt? Nee, nicht der Weg. Ich suche einen ganz anderen Weg. Wo geht es denn jetzt zur Welt 6 oder Welt 7? Niemand von diesen beiden Wegen muss es sein. Okay. Bin ich jetzt ganz blöd? Jacky, komm mal her, bevor du dich umdrehst. Und da hinten ist der Weg, den ich suche. Natürlich kriege ich wieder Fall Damage. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, Menno. Da hinten ist das. Kommt man denn da auf normalen Wege hin? Wo ist denn das? Wie komme ich denn da auf normalen Wege hin? Du musst ja auch auf normalen Weg hingehen. Muss ja auch auf normalen Weg hingehen. Das kann ja nichts sein. Da kommt er. Und da. Okay. Hab den Weg. Glaube ich jetzt zumindest, weil... Der Weg kommt mir jetzt gerade nicht... Besonders vertraut vor und... Das müsste doch eigentlich der richtige Weg sein. Ja. Ja, das ist er. Dann gucken wir mal nach. Ich habe hier die Münze. Nein. Hier war sie nicht. Sehr toll. Den ganzen Weg umsonst gegangen. Was war eigentlich in der Box da drin, die ich da gerade gesehen habe? Vielleicht hat er ja die letzte Coin in der Box versteckt. Ah, nee, in der Box war ein Jacky. Ich weiß schon wieder. Die war ein bisschen nicht auf, wollte ich sagen. Aber nein, er springt nicht drauf, sondern springt von oben dran. Es ist nice, Mario, dass du wieder nicht das machst, was ich von dir verlange. So, ich gehe halt darüber. Irgendwo muss ja noch was sein. Ich war ja noch nicht überall, von dem er... Oder bis jetzt, ich war eigentlich schon so ziemlich überall. Und was ich weiß, war auf dem Wasserfall oben ja auch nichts. Das hatte ich auch schon mal getestet. Also, nachzusehen. Da war ja nichts. Da war nur der Stern. Da war ja nichts. Und dann... Ah, von hier oben habe ich eine gute Aussicht und... Um ehrlich zu sein, ich sehe keine Red Coin. Um ehrlich zu sein, würde mich interessieren, ob ich die Red Coin überhaupt sammeln kann oder ob diese Red Coin jetzt wirklich in dieser Box drin ist, die ich nicht zertrimmern kann. Also, in diesem Ultra Block. Nein, das wäre fies. da steht nämlich ich brauche kein match aber ich finde die letzte kann ich würde mal sagen es gibt einen kurzen hat und ja mal nach oben die autoren kann es ist der weg der weg der auch zu welt sieben führt da ist eine brücke und da ist die letzte korn ja ich hab den weg einfach ewig gefunden ich wusste nicht dass hier noch ein kleines zu nehmen habe ich den weg auch gar nicht gesucht ja und wer clever gewesen wäre natürlich jetzt gesehen nachgeschaut stern gespawnt ist aber ich bin nicht so clever und habe das nicht nachgeguckt wenn ich ihn jetzt nicht gleich finde dann gucke ich noch mal im video nach ich würde sagen bis gleich ja man sollte von hier dann nicht mehr zurück sondern da gibt noch einen weg also und hier hinten ist ein haus das kenne ich überhaupt nicht ich war noch nie bei diesem haus hier ist der stern dann das ist eigentlich hier hinter dem haus gedrehen muss also wie gesagt ein haus dass wir in den ganzen netzplänen nicht gesehen haben hätten aber schon zehnmal dran vorbei rennen können aber ja juckt mich nicht und so habe den weg noch nie gesehen aber das heißt wir haben ja alles können jetzt in eine weitere welt gehen mal sehen welche welt wir finden weil ich wieder mal keine ahnung habe wo welche welt ist also gesagt wo der weg in die welten sind dass sie wieder der falsche weg liebe meine orientierung ich habe eine null orientierung in diesem wald ich habe keinen plan wo ich bin und keinen plan wo ich hin muss aber ich glaube da unten muss ich bin ich habe das für zu welt 6 kommen mir gerade bekannt meine hier geht es ja hier geht es an danke immerhin hat es nicht zu ewig gedauert ja bamboo forest das super block tower klingt ja eigentlich schon fast so als würde man hier den dann ist es not so ausgleichbar das erste st schnitt die bin ich da sind das erste Wo lernt man denn den Skill dafür? Nein, wozu hast du den Skill, dass du dich anhalten kannst, wenn du dich nicht festhalten kannst? Die unfähig ist, bist du bitte Es ist so geil, dass er den Skill hat, theoretisch, aber ihn einfach nicht benutzen kann Ähm, ja Man merkt vielleicht, dass mich dieses Game gerade ein kleines bisschen abfuckt Aber nur ein ganz kleines bisschen Vielleicht zu meiner Ausrede, es ist 7 Uhr in der Früh und ich musste die Party unbedingt aufnehmen Und ja, hab eigentlich auch nicht wirklich Bock drauf, what the fuck Wenn ich da jetzt wieder auf der Fein wäre, hätte ich mich dann auch aufgeweckt This pipe will lead you deep into the bamboo forest of the Lost Don't enter it unless you know the path of the rabbits If you don't know it, it's hidden somewhere in the forest You need to return here later before it Okay Was? Was soll das brennen? Ach so, das ist wieder so etwas Wenn du wieder 100 mal durch Röhren, ähm Geschleust wirst Und keinen Plan hast, wie es raus geht und ob es überhaupt raus geht Oder ob der Stern wieder irgendwo oben ist In der Ecke Ich denke einfach mal random den richtigen Weg finde Das wäre zwar ein bisschen Abnormal, aber Probier es einfach mal Ich meine ja, warum nicht und so Dann Nehmen wir die hier Ja Und die hier Nehmen wir mal diese hier Ah, okay Das ist die falsche Hilfe Äh, ja gut Ich glaube wir lassen das dann Ich glaube ich lade dann in safe states Ja Oder ich komme einfach wieder so zurück Ist egal, wir laden in safe Da unten sind Red Vorhin unter Wasser, weil Red Nein, jetzt sicher nicht Genau Okay Dann mach keinen Weitsprung Ja, musste ja nicht Auch wieder so ein Skill, genauso wie das festhalten Den man zwar theoretisch kann, aber irgendwie Kein Bock hat aufzuführen Ah, da ist noch der Red Keine rum Das ist wichtig, was ist hier Willkommen zu Aint Das Musik, das ist Coming up Das ist Level Das ist Level Gauge 1969 Okay Kann ich da durch Ja, das ist so eine Art Was ist das Was ist das Ich würde sagen, machen wir den noch Oder ist das der Das ist das Es ist anscheinend der Schalter Es ist anscheinend der Schalter verlassen Also Ich schätze mal hier kriege ich den Ultra Badge Und hier ist die erste Red Die ich gefunden habe Sehr wahrscheinlich eh schon wieder die zweite Weil ich die erste verpasst habe Aber ich sehe da jetzt am Start keine In dem ja glaube ich mal, dass das die erste war So Feuer Noch mehr Feuer Dann mach halt keinen Waldsprung Und keinen Seitwärtssprung Digger Ich glaube wir machen das Level gleich im nächsten Part Wow Okay 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 Wir machen das Level im nächsten Part Also Bis dann und auf Wiedersehen Das Mal auch bis dann Die vier Eure 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 Untertitelung des ZDF, 2020